... mit der Startnummer 9 vom WSV Bad Freienwalde, Lila Tvarok. 7,5 Meter für die Lila. Die Startnummer 9 vom WSV Bad Freienwalde, Lila Tvarok. Die Springerin kommt. 9 Meter für die Lila. Wir freuen uns nun auf die Startnummer 23 vom WSV Bad Freienwalde, Florian Fechner. Springerin kommt. Schanze gesperrt. 23,5 Meter für den Florian. Und auch noch mal ein Riesenapplaus für den Florian Fechner. Eine tolle Weide, ein toller Sprung und eine leichte Vernetzung. Es folgt die Startnummer 26 vom WSV Bad Freienwalde. Moritz Teray. 29 Meter für den Moritz. Aber er beißt die Zähne zusammen, geht wieder hoch und springt wieder. So soll es sein. Und ich glaube, das ist ein Sonderapplaus wert für den Florian Fechner. Springer kommt. 17,5 Meter. 17,5 Meter. Es folgt die Startnummer 26 vom WSV Bad Freienwalde. Moritz Teray. Springer kommt. 29,5 Meter. Wir warten nun auf die Startnummer 32 vom WSV Bad Freienwalde. Max Unglaube. Wir warten nun auf die Startnummer 32 vom WSV Bad Freienwalde. 62 Meter für den Max. Es folgt die Startnummer 41 vom WSV Bad Freienwalde. Es folgt die Startnummer 41 vom WSV Bad Freienwalde. Moritz Eckstein. Springer kommt. 54,5 Meter. Wir warten nun auf die Startnummer 32 vom WSV Bad Freienwalde. Springer kommt. Max Unglaube. 56,5 Meter für den Max. Die Startnummer 41 vom WSV Bad Freienwalde. Moritz Eckstein. Springer kommt. 4,5 Meter für Haus Cristo. 8,9 Meter für Haus. 45,5 Meter. Moritz faded aus. Füradeoles hoch. 8,5 Meter. 4,5 Meter. Chи. Nv. Pu Skill vom WSV Bad Freienwalde. 4,6 Meter Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018